Oh, zapft es, Leute! So, wir probieren's heute nochmal. Neuer Tag, jetzt aber frisch ans Werk beim Moorhuhn. Und diesmal soll's hinhauen, hoffentlich. Gut, gucken wir mal. Allzu viele Runden bleiben uns nicht mehr. Das ist jetzt Runde 19 und ich hätte dann nur noch 10 Versuche. Boah, dann wird's nämlich langsam eng. Boah, das läuft jetzt schon wieder nicht gut. Das seh ich jetzt schon kaum. Okay. Aber es sind zum Glück einige von diesen weit entfernten Hühnern unterwegs. Wenn da noch mehr kommen, hab ich gute Chancen. So, oh, sehr schön, noch zwei. Und noch eins, hey! Oh, und da hinten kommt das nächste. Und noch eins. Oh, jetzt hab ich aber eine richtig gute Punktzahl. Okay, das ist gut. Jetzt läuft's auf einmal doch gut. Boah, okay, okay. So, nicht nachlassen jetzt. Oh, und da sind immer noch welche. Oh, grad hab ich aber Glück. Ja, das Moorhuhn, das ist auch so ein bisschen Glückssache, hab ich das Gefühl. Ähm, aber jetzt ist die Ausgangsposition wirklich mehr als gut. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann schaffen wir es wahrscheinlich nie. Okay. Aufgepasst. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Oh, da ist irgendwo so ein... Ach, egal, ich kann jetzt nicht danach suchen. Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Oh, wo ist denn noch ein Huhn? Wo ist denn noch eins? Ah! Ich... Ich... Ich hab's geschafft. Ich hab... Ich hab's geschafft. Ich hab 870 Punkte geschlagen. Auf die letzte Sekunde hab ich's doch geschafft. Unfassbar. Aber was ich zum Ende hin für ein Mist gebaut hab, ich glaub's ja nicht. Oh, das wär noch wesentlich besser gegangen. So ein Ärger. Die Score hätte ich noch ordentlich ausbauen können, wenn ich ein bisschen mehr aufgepasst hätte. Aber zum Ende hin bin ich ein bisschen zittrig geworden. Scheiße. Ah, Mist! Da hätte ich nochmal wirklich eine ordentliche Punktzahl holen können. Die anderen beiden, die werden mir nichts schenken. Moritz! Du bist der Nächste! Hab Vertrauen in dich. Aber ich glaub, das wirst du schlagen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer WeHawkLP. Bis zum nächsten Mal.